Hallo Kameradin! Oh ja, guck mal! Ein Baum aus Afrika! Viel Spaß! Ich bin heute Morgen am Bahnhof gewesen. Ganz normal meine Route gelaufen, am Bahnhof, Kontrollgang, alles. Wollte mir ein Brötchen holen am Taxistand. Wen seh ich? Sie in einem Taxi, er in einem Taxi quer durch Deutschland. Dann habe ich sie rausgezerrt. Beide. Jetzt sind sie hier. Das sind die zwei, über die ich gesprochen habe. Moment mal, Sie haben die beiden aus dem Taxi gezerrt? Ja. Also da gab es noch kurze Rangelei. Das heißt, mit Gewalt, mit Anwendung von Gewalt haben Sie die beiden... Ich wurde bedroht von ihm und habe dann reagiert. für unser Land. Auch Ihr Land. Ähm, sagen Sie mal, sind die gefesselt? Ab, 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 ab. Herr Riedler, Sie haben doch nicht ernsthaft diese beiden... Die sind nicht gefesselt. Sie sind gefesselt, oder? Ja. Nein. Ach ja, sind sie gefesselt. Herr Riedler, ich glaube wir haben ja ein ein massives Problem jetzt. Ja, ich weiß. Es sind fast eine Million da. Nein, das meine ich nicht, Herr Riedler. Aber du fasst 1,5 Millionen. Wissen Sie, dass das Entführung ist? Freiheitsberaubung. Sie haben die Menschen gefesselt und hier in unsere Redaktion gebracht. Und möchten beweisen, was möchten Sie beweisen, dass die Flüchtlinge sind, die mit dem Taxi durch Deutschland fahren? Darf ich kurz was sagen? Ist das Ihr Ernst, Herr Riedler? Darf ich kurz was sagen? Ja, bitte. Darf ich, bevor die Polizei kommt, die zwei noch zu einer Pegida-Veranstaltung mitnehmen? Nein. Schade. Ich hätte dich gern mitgenommen. Um einfach zu zeigen, wer die Leute sind, die mit dem Taxi durch Deutschland fahren. Sie gehen wohin auch immer Sie möchten? Ja. Die beiden bleiben bei uns und wir regeln das? Genau. Ja? Ja. In Ordnung, Herr Riedler? Finde ich so. Ist das in Ordnung so? Ja, ja, finde ich so. Okay, danke schön. Danke, dass Sie Zeit hatten, gell? Kein Problem. Ja. Gehen jetzt weit. Ruft mal jemand die Polizei, bitte. Ja, ich rufe Sie selber. Also... Dreckspack, dreckspack, tschack. Herr Riedler, Sie bleiben hier. Ja, ich bin da. Herr Riedler, warten Sie mal. Ich bin da. Sie bleiben jetzt hier. Herr Riedler. Herr Riedler. Herr Riedler. pasó. Nein, Herr Riedler. Ja. Ja. Das ist schlecht. Ja. Das ist schlecht. Nein, Herr Riedler. Die線IL Die bottle